Herzlich willkommen zum Online-Gartentipp. Wiederholt habe ich Ihnen erzählt, dass ich Ihnen Pflanzen vorstellen will, die durch einen besonderen Zierwert auffallen und auch relativ pflegerecht sind. Eine solche Pflanze ist die Spatophilum. Diese Pflanze stammt aus Kolumbien und sie hat folgende Vorzüge. Erstens, sie gedeiht nicht nur an einem Standort, der absolut hell ist, also am Fenster, sondern auch im Halbschatten. Das Zweite, sie überzeugt durch eine intensive Belaubung, die einen hohen, attraktiven Zierwert hat und durch wunderschöne weiße Blüten. Das sind sogenannte Hochblätter, die sogenannten Spaten. Die eigentliche Blüte befindet sich hier in dem inneren Bereich und diese kleine oder fertile Blüte blüht relativ schnell ab. Die Spaten allerdings, die eigentlich den Zierwert ausmachen, die halten vorausgesetzt, sie pflegen die Pflanze ein bisschen bis zu fünf Wochen. Die Pflanze wird an Zierwert nicht einbüßen und hat auch keine Ruhephase, wenn Sie Folgendes berücksichtigen. Erstens, gießen Sie bitte die Pflanze nicht zu intensiv. Sie toleriert keine stauernde Nässe. Düngen können Sie die Spatophilum sogar jetzt im Winter, weil sie ja, wie bereits erwähnt, auch im Halbschatten sehr gut gedeiht. Gelegentlich, ich werde nicht müde darauf hinzuweisen, die Blätter besprühen, von Staub befreien und etwas habe ich Ihnen noch nie vorgestellt, sogenannte Blattblanz. Wenn Sie Blattblanz sprühen, darauf setzt sich weniger Staub an. Also eine Pflanze, die absolut überzeugt und in jedem Wohnzimmer zum absoluten Starr wird, weil sie überzeugt durch eine grüne Belaubung und durch wunderschöne, dekorative, weiße Blüten.